Hallo zusammen, mein Name ist Ravi von UniTraining, das ist der Nick. Wir haben am 1. Juni 2017 in Audoboligenstrasse 82 in Bergen eine 700 Quadratmeter Trainingsfläche eröffnet. Eine grosse Vision haben wir gehabt. Das Ziel ist es eine Bewegungsplattform zu kreieren für Jung, Alt, Sportlich, Nichtsportlich und natürlich für den Raustuhlgängen. Die Fläche ist prädestiniert, es ist 700 Quadratmeter, sie ist riesig und für diese wollen wir eine Plattform kreieren, wo es reinkommt, jedoch fehlt uns hier Garderoben. Und um diese zu realisieren, sind wir natürlich froh um jeden kleinen Beitrag. Darum meldet euch an auf www.iblivenu.ch Gebt uns was ihr möchtet und ihr könnt davon ausgehen. Wir haben sicher etwas mit Schweiss, Muskelkater und Spass, ganz viel Spass. Die melden würde uns mega freuen, es wird eine coole Sache. Merci schön.